In dem heutigen Video zeige ich dir einen richtig krassen GTA 5 Online Money Glitch. Da du die neuen Autos in GTA 5 Online, die im neuen DLC rauskamen, alle neu kostenlos bzw. gratis erhalten kannst oder dir erglitchen kannst. Das Ganze geht solo, ist ohne alles. Du brauchst überhaupt nichts für diesen Money Glitch. Also das kannst du auch machen, wenn du kompletter Anfänger bist. Bleib auf jeden Fall mal dran und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an mit diesem Money Glitch. Bevor ich jetzt hier aber auch anfange, möchte ich dich auch nochmal ganz kurz darauf hinweisen. Und zwar werde ich jetzt hier eine Verlosung starten, in der du mitmachen kannst. Und falls du kein Geld hast, dann mach einfach jetzt hier bei dieser Verlosung mit. Und zwar verlose ich dreimal an meine Abonnenten 100 Millionen GTA Dollar. Wenn du bei dieser Verlosung mitmachen möchtest, musst du nur diese 4 Schritte tun. Und dann bist du schon bei dieser Verlosung dabei. Und zwar erstens, du musst dieses Video jetzt hier liken. Zweitens, du musst meinen Kanal abonnieren. Drittens, du musst noch in den Kommentaren, musst du ein schönes Kommentar hinterlassen. Und der letzte Schritt ist, du musst dieses Video hier einmal an eine Person teilen. Wenn du diese 4 Schritte getan hast, dann bist du auch schon ganz einfach bei dieser Verlosung dabei. Und dann werde ich nächste Woche, am Mittwoch, werde ich diese Verlosung auflösen und die 3 Gewinner auch auflösen. Bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Video anfangen, falls ihr noch auf der Suche seid nach einem extrem günstigen Unlock All Account oder Geld und Level für euren eigenen GTA Online Charakter, dann checkt jetzt mal den allerersten Link in der Videobeschreibung ab. Dort kommt ihr zu meinem Partner und dort gibt es deutschlandweit die günstigsten Unlock All Accounts. Aber ihr könnt auch Geld und Level für euren eigenen GTA Charakter kaufen. Ihr seht gerade im Hintergrund, hier könnt ihr auswählen, auf welcher Plattform ihr spielt, zum Beispiel Playstation 4, Playstation 5, Xbox oder PC. Und könnt dann hier auswählen, ob ihr zum Beispiel Geld oder Level auf eurem eigenen GTA Charakter haben wollt. Und die Preise sind wirklich extrem günstig. Ihr seht hier 1 Million GTA Dollar für euren Account unter 1 Euro. Und wenn ihr dann auch noch den Rabattcode GLOPERYT, also G-L-O-P-E-R-Y-T mit diesem Rabattcode am Checkout eingebt, bekommt ihr zum einen 20% mehr Geld. Also wenn ihr euch zum Beispiel 100 Millionen Dollar kauft, bekommt ihr 120 Millionen GTA Dollar. Und zusätzlich bekommt ihr noch 20% Rabatt. Also wenn ihr was für 100 Euro zum Beispiel kauft, zahlt ihr zum Beispiel nur 80 Euro. Also checkt das alles mal ab. Allererster Link in der Videobeschreibung. Rabattcode GLOPERYT für 20% Rabatt. Und ihr habt auch viele verschiedene Zahlungsmethoden, wie PaySafe-Karte, Sofortüberweisung, Klarna, Visa Mastercard, Paypal. Also wirklich alle Zahlungsmethoden. Außerdem, Loo4Games hat über 6500 positive Bewertungen auf Trustpilot. Also der beste, günstigste und sicherste Anbieter. Falls ihr da Interesse habt, erster Link in der Videobeschreibung und Rabattcode GLOPERYT, G-L-O-P-E-R-Y-T für 20% Rabatt und 20% mehr Geld. So, und zwar wie du siehst hier, hier oben ein Kontostand und du siehst, ich bin in einer privaten Sitzung. Mach das einfach auch, musst du nicht, ist aber besser. So, ganz wichtig ist jetzt aber, dass du jetzt hier eine Garage hast. Es ist völlig egal, welche Garage es ist, ob es eine kleine Garage ist, ob es eine große Garage ist oder sonstiges. Es müssen halt einfach Autos hineinpassen, da du die ja glitchen kannst. Wichtig ist, dass diese Garage leer ist. Die muss wirklich komplett leer sein. So, wenn du das hast, dann ist es jetzt wichtig, dass du jetzt hier einmal diesen blauen Punkt ziehst, hier vor deiner Garage. Dann gehst du einmal hier auf Legendary Motorsport. Wir glitchen hier uns einfach mal den neuen gehypten Niobe. Und zwar wollen wir den in schwarz. Drücken wir einmal auf Bestellen. Dann gehen wir jetzt hier einmal auf irgendeine Random Garage. Gehen aber hier hin, wo der blaue Punkt sein sollte, der aber natürlich nicht da ist. Dann drücken wir einmal X und gleichzeitig Optionstaste. Gehen dann einmal genau dahin, wo ich auch hier hingehe. Und zwar ganz wichtig, Charakter verwalten. Da müssen wir einmal draufklicken. So, das Ganze warten wir ganz kurz drei Sekunden ab. Dann drücken wir auf OK. Währenddessen würde es mich einfach freuen, wenn du einfach diesen Kanal mal abonnieren würdest. So, dann siehst du jetzt hier meine zwei Charakteren. Wir klicken jetzt hier einmal genau auf den Charakter drauf, wo wir halt eben, ja, auch gerade eben waren. Bitte nicht auf den anderen Charakter, falls du einen zweiten Charakter hast. So, da klicken wir jetzt halt einfach ein einmal drauf. Hier warten wir jetzt einfach mal hier kurz ab. So, das sollte relativ schnell gehen. Das Ganze funktioniert übrigens auf der Playstation 4, Playstation 5, Xbox, PC. Also es ist völlig egal, wo du den Glitch machst. Er sollte überall funktionieren. Und jetzt solltet ihr eigentlich in der Garage gleich spawnen. Und das Auto sollte direkt da sein. Und ihr solltet sehen, es sollte nichts abgezogen werden oder geworden sein von deinem Konto. Ihr habt ja meinen Kontostand gesehen. Ihr werdet auch gleich sehen. Wir werden gleich in der Garage spawnen. Spawnen. Ist ein relativ einfacher und schneller Glitch. Falls du draußen spawnst, hast du irgendwas falsch gemacht, mach einfach den Glitch einfach nochmal neu. So, wir sind jetzt in der Garage. Und du siehst, ich habe hier jetzt den schwarzen Niobi, mir erglitschen wollte. Und das Ganze kostenlos, wie du sehen kannst. Du kannst es da oben gerne vergleichen. Ich habe keinen Cent weniger. So, Leute. Wie gesagt, der Glitch funktioniert zu 100%. Den kannst du jetzt immer wieder so machen. Und die Autos dann auch mit einem vollen Preis dann auch verkaufen. Ist wirklich ein mega cooler Money Glitch oder Car Duplication Glitch. Dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Glubberino.